Viel zu lange in der letzten Folge aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei StarTropics. Ich hab mich ein wenig in das Spiel verfressen. Ich glaub, das merkt man. Indiana Jones muss wieder leiden. Es tut mir leid. Oh, das reimt sich. Aber keine Sorge, Indiana Jones wird heute vielleicht auch noch kommen. So, wir gehen jetzt mal hier in das schöne Schloss. Was haben wir denn hier? Ein Mann. Someday a queen of pearless beauty lives in this castle of chicola. Ähm, vor vielen Tagen eine Königin der Perlen und der wunderschönen Schönheit lebt in diesem Schloss von chicola. But only woman may enter. Aber nur Frauen können dieses Schloss betreten. Seek help in the fortune tellers camp. Suche Hilfe im fortune tellers camp. Super. Oh, eine Kriegerprinzessin. Hm, I'm, äh, Ski, ein, ich bin eine, ähm, ähm, eine Skiwächlerin hier. Äh, auf chicola. Ähm, get out of here. Ähm, verschwindet hier. Hm, super. Toi, toi, toi. Ähm, ich weiß, dass er hier rumgegangen ist. Mein lieber guter Freund, der Funk-Royale. Aber. Ich glaub, er hatte, doch. Ha! Was haben wir denn da? Hm, I'm, ah, ich bin, ähm, ja, ich bin Fortuna-Teller. Sorry. But ich, äh, was? Kann dir nicht helfen? I dropped my crystal ball into a pound of ghost village. Ich habe meine Kristallkugel in einem Hort von, äh, einem Geister, ähm, Dorf verloren. Ach nee, jetzt muss ich das erst finden. Dumm, 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 dumm. Super. Geht's da? Ja, geht's. Das wird wahrscheinlich das Geisterdorf sein. Wo geht's hier lang? Krieg ich hier vielleicht ein großes Herz? Ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Uhr schauen, immer mal wieder. Oh, eine einsame Hütte. Was ist denn da? Die Hütte ist kleiner als ich. Ach, das ist das Geisterdorf. Moment, und hier weiß ich, dass ich hier irgendwo immer runterfalle. Da zum Beispiel. Oder rausfalle. Hm. Was musste ich jetzt hier machen? Ah. Äh, wir speichern deine Daten. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich überall... Ja, klar. Äh, äh, äh. Das Spiel füllt doch gar nicht mein Leben auf. Nein, nein, warum denn auch? Oh Gott. Kleine Skeletthunde. Die wieder so schnell werden, wenn sie mich sehen. Hm. Aber ich kann mich erinnern, dass das hier kein... Großer... Quest war. Warum kam der jetzt hier gerade so angelaufen? Warum kommt da noch einer? Hm. Aha. Aha. Gehen wir doch zuerst mal den unteren. Oh nein. Ja, ist klar. Na, wenigstens habe ich jetzt wieder drei Herzen. Seht ihr, das... Das Spiel ist einfach nur so unfair manchmal. Man möchte es in die Arme schließen, aber das Spiel sagt so... Nein, ich will nicht. Gut, dann gehen wir den oberen Weg. Ich habe es verstanden. Es ist ein Dorf voller Geister und die Geister haben mich da gerade attackiert. Hallo, jetzt bleib doch mal hier. Das ist nur ein Geheimraum. Also hier, ein Itemraum. Das sagt nämlich die Musik. Ey, wenn ich jetzt hier nichts finde, was mir da weiterhilft, ne? Da sehe ich eine Treppe. Moment. Nein. Okay. Hier geht es doch nur wieder raus. Hä? Moment, ist es jetzt nicht das gleiche wieder, wo ich drin war? Ja, es ist das gleiche, wo ich drin war. Lalalalala. Dann werde ich da wohl noch irgendwas für bekommen wohl. Ja, auf jeden Fall wieder Herzen. Wie bekloppt bin ich denn bitte? Es ist doch jetzt nicht wahr. Es ist doch jetzt nicht wahr. Alter. Warum habe ich das gemacht? Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich war so euphorisch, dass die Herzen da waren wieder, dass ich einfach gedacht habe, oh cool, ich springe jetzt ins Wasser und kühle mich ab. Nein. Oh, nicht, hatte ich ja gerade ein Herz bekommen. Ach, ein Herz, ein Stern. Oh, hab jetzt wieder dieses Quietschen. So genau, springen wir einfach drauf los. Nein, nicht auf der Stelle springen. Ach. Jetzt bin ich wieder hier oben. Gehen wir jetzt mal hier unten hin. Hä? Da vielleicht? Nein. Also kann es doch nur da sein, von Maledite nochmal. Hier vielleicht? Ah, das sind noch mehr. Aber da komme ich nirgendwo rein. Nein. Bin ich draußen. Da sind noch zwei. Nein. Nein. Toll, dann können es doch nur die da oben sein, von... Drill. Das ist nochmal. Da, guck mal, das ist sogar andersfarbig jetzt, wo ich sehe. Das ist ein Stück blauer. Dieser eine Raum. Was hat es damit auf sich? Ich verstehe es nicht. Na, komm her. Warte mal, ich gehe erst nochmal oben. Warte mal, vielleicht muss man doch hier alle Gegner kaputt machen. So viele sind das ja Gott sei Dank nicht. Ah, ich habe wieder einen Stern. Ach guck mal, guck mal, wo er jetzt ist. Hat sich frei geroppelt. Äh, komm her. Komm her. Da gehe ich mir jetzt noch oben schnell die Herzen holen? Moment, geht es da vielleicht? Nein. Ach ja, ich vergaß. Ich gehe mir kurz die Herzen holen. Äh, die Tür geht zu. Ich bin so intelligent. Ich bin StarTropics. Das ist doch nicht wahr. Aber hey, so kann man natürlich sein Leben auch wieder auffüllen, ne? Vielleicht kriege ich jetzt hier noch einen Stern. Wo ist denn mein Stern vermallert? Ich habe doch hier eben einen Stern gekriegt. Sehr merkwürdig. Nein, ich gehe nicht schon wieder hier hin. Hallo, hier geblieben. So, die Frage ist jetzt... Okay, hier oben bin ich also sicher. Na, geh doch! Oh nein! Was seid ihr denn? Ihr seid tot. Wenigstens bleibt er auch ein bisschen stehen, wenn ich ihn treffe. Wow! Was haben wir da jetzt? Oh, ein A! Das, ähm, ne? Was die, äh, Taylor's Teller da gebraucht hat. Oh nein, 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 nein! Komm, ich muss... Oh, scheiße. Ich muss jetzt hier nur noch raus. Mal springen. Oh, raus hier! Oh nein. Ich darf nur noch ein einziges Mal getroffen werden. Ich habe Angst. Äh. Erstmal die Gegner ausschalten hier. So, jetzt... Jetzt fühle ich mich besser. Oh. Geht's... Ah, nein, da unten ging's doch auch. Raus. Alter. Nicht mit mir. Sehr gut. Jetzt komme ich von hier oben. Ist es der gleiche Raum? Nein. Es ist ja der gleiche Raum nur umgekehrt, weil ich jetzt von oben komme, aber... Es ist nicht der gleiche Raum, wie wir... Den schon mal hatten. Also von der Örtlichkeit her. Von der Räumlichkeit her. Vergiss das einfach, was ich gesagt habe. So, wir sind draußen. Sehr schön. Und jetzt können wir hier raus. Wir haben das, was wir brauchen. Adios. Adios. Warum habe ich es mir vorher nicht geholt? So, jetzt können wir da rein. Jetzt können wir... Nein, erstmal in den Hinterkeller uns als Frau umoperieren lassen. Und dann können wir in das Schloss. Ich bin Fortuna-Teller. Sorry, aber ich kenne den nicht. I dropped my crystal ball into... Nein, ich... Was? Hallo, ich habe den noch gefunden. Willst du mich verarschen? Ich habe den noch gefunden. Ich kann... Ja, super. Ja, super. Hä? Aber ich habe den noch gefunden. Moment. Oder muss ich dem Onkel da das geben? Das kann ich mir zwar nicht vorstellen. Ich habe das noch so im Kopf, dass wir dann hier als... als Frau da reingehen. Same with the Queen of Christ and Shikola, but only a woman who entered the castle and you should be Fortuna's camp. Hä? Ach so, Moment. Ich war noch nicht hier am Strand. Oh nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Hä? Was ist das? Super. Der Knopf ist gedrückt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wo ist... Wo ist dieses Stabdings, was ich eben aufgesammelt habe? Oder war das nur eine Illusion? Habe ich das nur geträumt? Oh, Leute. Ich habe es doch aufgesammelt. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich jetzt nochmal da hin? Das kann doch nicht sein. Ich war froh, dass ich da raus war. Ist das jetzt... Gut, dass ich das mache? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Jetzt komm her! Ja! Ja! Jetzt komm! Ach, halt, warte mal. Ich habe jetzt... Oh, Moment. Ich glaube, mit dem Ding kann ich jetzt die Geister hier sehen. Oh, natürlich! Das ist jetzt aber auch nur eine Vermutung von mir. So ist es nicht. Oder auch nicht. Das ist nicht so... Also ist es nicht so... Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin... Oh, natürlich... Ich bin... da ich trottel das heißt es also nur aber das ding ist ja nein 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 ach so nähe da unten in dem raum jetzt kommen bitte in der wand das ist ja hervorragend aha scheiß geister hier oh herzen sehr gut hört das quietschen auf da haben wir wieder jetzt irgendeinen zweiten geheimgang wo dann eine todesfalle auf mich lauert nein haben wir nicht super ich habe jetzt alle meine stäbe aufgebraucht und ja natürlich hier 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 es ist doch zum mäusemärken ich bin jetzt schon wieder draußen und wieder habe ich es nicht gefunden nochmal mal hier hier wir Ähm, da lang. Das Traurige ist aber, dass ich erst diese Stäbe erst zu spät kriege. Bewegt dich doch, Mann! Alter, ey, nee, da hab ich so keinen Bock drauf, ehrlich. Wenn ich da schon instant, obwohl ich auf den Knopf hänge, mich nicht bewege, ne? Oh Gott! Ich krieg ja manchmal so aggro Schübe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Steuer... Da hab ich jetzt gepennt, ja, da hab ich jetzt gepennt.